genau das so das heißt hier kommen dann einen erhöht noch wieder sollte zumindest so sein dann kommen hier in die mitte die kolben drauf ist hier warte dann machen wir das anders ich hätte gerne diese kolben hier diesen hätte ich auch gerne danke die kommen weg die kommen auch weg es geht dann hier auf der seite weiter so wir machen erstmal die dinge und dann gucken uns die andere nummer hallo ich würde gerne danke okay das heißt wir können jetzt vier so zwei drei 23 wunderbar und zurück und und hier könnten wir dann theoretisch auch noch welche hin machen wenn wir da entsprechend die dinger fällen so das heißt also müssen auf die höhe ein weiter und dann plus eins auf der richtigen höhe dafür sind das zeug auf der anderen seite muss dafür weg und zwar ab hier alles klar okay dann haben wir hier den weg des redstones der geht hier nämlich schön nach oben läuft hier weiter rüber während er hier weiter rüber läuft dann würde ich hier gerne erst einmal auf dieser seite des weges auch noch mal wunderbar hier ein bisschen was drunter packen so du bist ein stück grasland das heißt du bist kein stück grasland heißt außerdem dass ich ihn hier weiterführen bis hierhin soweit ich mich erinnere und dann kann ich hier den wieder einen nach oben ziehen glaube ich ne kann ich gar nicht doch kann ich kann ich gar nicht kann ich kann ich kann ich hier kommt das ding hin der muss einen nach oben gehen stimmt also okay ich bin leicht verwirrt aber das ist nicht schlimm zum glück haben wir noch Erde dabei so erstmal ein Hähnchenschenkel für die Motivation und dann muss ich hier einmal bitte raus bevor ich irgendwas mache einmal checken wir haben noch ein bisschen von dem Tag übrig aber eben nur ein bisschen so wie ging das nochmal ich glaube das hier war aber dann hier mit genau davon können wir uns nochmal zwei Stück machen gib mir das Dankeschön wir brauchen noch es ist schon zu spät okay ich renne nochmal zurück wir schlafen nochmal wir nehmen uns wir basteln uns nochmal ähm zwei kolben glaube ich ne warte mehr mehr als zwei kolben sind es auf jeden Fall mehr als zwei kolben äh wo ist denn das Bett ach das habe ich in der Hand ist ja toll gut dass ich das Bett in der Hand habe gut dass wir zurück laufen mussten um schlafen zu gehen what a wonderful day okay jetzt können wir das aber direkt von Anfang an richtig machen wir können das Ding hier platzieren wir können das Ding hier platzieren wir können ein bisschen Stein hier platzieren und wir können hier oben ein bisschen Holz platzieren machen wir nochmal vier Stück davon ich bin ein Idiot das ist kein Stein sondern das ist ein Bruchstein was wir brauchen wunderbar ach dann machen wir halt jetzt nochmal vier ja aber es sollte gerade ja es reicht gerade so okay und dann machen wir direkt einmal Schleimdinger draus bis auf den einen den ich natürlich zu viel gemacht habe der wird kein Schleimding so aber damit haben wir hoffentlich genug wird glaube ich knapp ich glaube uns fehlt genau einer ich glaube einer fehlt uns ganz genau kann auch sein dass es genau die richtige Menge ist und ich mir Sorgen um nichts und wieder nichts mache beides durchaus absolut möglich und es sieht so aus als wäre es letztes gewesen dass ich mir absolut unnötig Sorgen gemacht habe und ich habe natürlich kein Dingsbums dabei oh Gott was ist mit dir los ich würde gerne ah ok das heißt also wenn ich schleiche kann ich keine Zäune auf oder zumachen das ist gut zu wissen so ich habe jetzt aber kein wie auch immer das Zeug nochmal hieß dabei das heißt wir können wieder zurücklaufen aber ich würde erstmal liebend gerne das ganze hier einmal verbrutzeln also verbinden besser gesagt und zwar mit dem Redstone den wir noch übrig haben was nicht mehr viel ist also könnte das ganze durchaus verdammt knapp werden weißt du könnte muss auch nicht zwingen wie es aussieht du kommst weg du kommst weg du kommst weg warte das stimmt doch was nicht hä? ach ne du kommst weg und du kommst weg hallo ich würde gerne äh moment mal ne das stimmt alles die könnten ruhig da bleiben ach was mache ich hier eigentlich wieder nur Blödsinn nur Blödsinn das muss da bleiben wegen dem Wasser und so ähm genau und das heißt hier kommt dann das Redstone entlang ganz simpel und einfach dann war das nämlich hier so und so und so und so so und so beziehungsweise so nicht weil hier muss noch ähm das hier ist vollkommen falsch das hier ist falsch das muss weg das hier muss hier hin und hier muss der hin und hier müssen die hin so muss das ganze nämlich verbunden werden so dann waren das hier auf der Seite immer die äußeren und dann muss ich auf der anderen Seite immer die inneren verbinden ok und gut das haben wir das haben wir hier dann kann ich den hier sogar weg machen weil ich den nicht mehr brauche an der Stelle und was kann ich hier machen hier kann ich den hier machen und hier kann ich den hier machen so dann kommt der hier nämlich weg und dann wird jetzt hier ein Redstone Verstärker hingesetzt von dem ich aus irgendeinem Grund nur einen gemacht habe der allerdings wirklich bis komplett hinten hingeht bemerkenswert das haben wir nicht gesehen warum habe ich nur einen davon gemacht achja ok ahja weil ich nur einmal eine Ladung Stein da reingepackt habe das ist natürlich Mist ok dann laufen wir jetzt nochmal hier wieder runter da müssen wir leider gehen nochmal schön nach hier oben hin der Creeper steht immer noch hinten rum aber wir ignorieren ihn erstmal einfach so ein Redstone jeweils eine Redstone Lampe und schon dürfen wir wieder in die dunkle dunkle horrormäßige Nacht hinein bis es wieder hier oben hingeht und es Tag hell ist das ist natürlich unpraktisch an der Stelle deswegen werde ich den Repeater hier hinsetzen der bis komplett hinten durch geht perfekt ok was ich jetzt gerne machen würde wäre das hier das ist was ich meine so ganz nach dem Motto so hey hier kommt keiner so leicht rein vor allen Dingen kein Creeper Schrägstrich was auch immer der du bist du kommst hier nämlich nicht rein so zack und schon sollte es hier drinnen relativ dunkel sein relativ ja relativ es ist relativ dunkel ok alles klar dann setzen wir hier noch Fackeln hin weil man kann hier überall stehen das ist natürlich weniger günstig wenn hier unten drinnen Monster spawnen vor allen Dingen wenn man hier nochmal für irgendwelche Arbeiten oder sowas rein muss ist natürlich äußerst unprofessionell dann hier irgendwie irgendwelche Fackeln vergessen zu haben Hallo Bunny was auch immer du hier drinnen machst eigentlich gehörst du hier gar nicht rein sorry Kumpel aber du gehörst hier nicht hin das hier ist nicht deine Welt nicht mal ein bisschen aber gut das sollte es eigentlich gewesen sein dafür zumindest das heißt wir holen uns jetzt das entsprechende Steinzeug und dann warte mal ich muss hier nochmal ein bisschen was ausleuchten ich fühle irgendwie den Drang dazu dies zu tun aus unterschiedlichen Gründen aber zumindest können wir hier einfach raus und dann hat sich die Sache eigentlich erledigt so wo ist der schöne weiße Stein denn hin da polierte Diorit 42 sollten reichen oder was mein dir so wenn das fertig ist dann habe ich ja immer noch habe ich die habe ich die einmal auch weg getan wo habe ich den hin gepackt ach die habe ich auch hier oben rein gepackt kann das sein ja die müsste ich auch hier oben rein gepackt haben da sind sie ja nein nicht du sondern du das heißt wir können also uns Wasser schnappen von irgendwo da hinten da ist ja immerhin ein Strand also dürfte das alles kein Problem sein oder wir nehmen es halt aus dem endlosen Vorrat den es hier gibt warte mal kann ich eigentlich mittlerweile das Zeug hier zu machen ich meine das muss ja jetzt wirklich keiner mehr sehen weg ist es als hätte es niemals existiert okay wir haben hier auf jeden Fall schon mal kein Wasser drin das ist natürlich doof ich muss es hier unten kriegen wo der Creeper vorne irgendwo umgeschlichen ist alles klar super okay heißt für mich so viel wie das hier sollte es gewesen sein so ups sorry falscher Knopf zack zack dann sollte unsere überdimensional große Erntemaschine die wir eigentlich gar nicht brauchen dann doch mal fertig sein demnächst ach ne den wollte ich ja gar nicht den hier wollte ich haben okay man kann also mit dem Wasserheimer wenn man gut genug zielt aufmachen und zumachen ja das funktioniert zumindest okay Komme ist dann mhm hier fehlen jetzt genau diese netten Dinger hier sehr gut sag 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 dann dürfen wir uns demnächst mit unglaublichen Reichtümern überschütten äh aus irgendwelchen undefinierten Gründen ich meine wir haben noch ein paar Diamanten übrig die könnten wir mal für irgendwas benutzen ausnahmsweise mal ausnahmsweise mal ich meine wir horten die Dinger ja ohne Ende so das war der letzte okay nice heißt das wir sind jetzt komplett fertig mit dem Feld oder was sieht so aus ne guck mal hier sollte eigentlich nicht wirklich irgendwas sein Getreide 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 das ist alles Getreide ich würde einfach mal behaupten wir laufen jetzt hier so ein bisschen rüber und gucken einfach mal aber es sieht eigentlich so aus als könnte man es ernten ich meine hier ist noch ein bisschen was grün und so aber rein für eine Theorie hier wäre es sicherlich möglich jetzt zu ernten hmm